Hallo Leute, diesmal habe ich dabei, Der Devil Dekalok. Hallo Leute, diesmal habe ich dabei, Marvel Exklusiv Nummer 68, Der Devil Dekalok. Und das ist mal eine ganz andere Geschichte. Gut, war auch schon Golden Age im Endeffekt, aber auch wieder richtig genial geschrieben, richtig interessant, überraschend, makaber und gruselig. Also wirklich sehr, sehr schön. Wir treffen uns in einer Kirche mit ganz vielen Probanden, die durch Der Devil positiv oder negativ beeinflusst wurden und hier an einer Gesprächsrunde eben rund um Der Devil teilnehmen. Darunter ist zum Beispiel die Bedienung oder Kellnerin aus der Kneipe, wo eben Der Devil sich demaskiert hat und den Kingpin, den Verbrechern zu Füßen gelegt hat und er sich eben im selben Zug selbst zum Kingpin ernannt hat. Was hierbei eben interessant ist, weil alle immer nur glauben, Der Devil hat sich zum Verbrecherkönig erhoben und die junge Frau kann nun eins zu eins wiedergeben, was eben Der Devil damals gesagt hat und erklärt jetzt diese Leute auf. Er hat nicht gesagt, ich bin jetzt der König des Verbrechens, sondern in meiner Stadt wird kein Verbrechen geduldet. Was hier auf ein anderes Licht aufwirft. Leider hat Der Devil mit diesem Auftritt noch nicht ihr Leben verändert, aber ein paar Tage später, als die Knüppelhai bei irgendeinem Dealer rumhängt, der, fokussiere, sich nun zum neuen Kingpin aufschwingen will und sich dafür eine Gaionsfigur sucht, nämlich niemand anderen als den guten Bullet. Wer kennt noch Bullet? Ja, der Anno Sentivan, ich fand diese Figur genial und man hat danach, glaube ich, nie wieder was von ihm gesehen bis hierhin. Fand ich super, ihn mal wieder dabei zu haben. Ist auch so eine Figur, die ich einfach sehr mag. Mich würde natürlich jetzt interessieren, was ist mit seinem Sohn? Wahrscheinlich an Strahlenvergiftung gestorben, nachdem Papa ihn gestreichelt hat mit einem Handschuh voll Gift. Ist klar, ne? Und als diese Gruppe sich dazu nimmt und entscheidet, Der Devil zu erledigen, greift die junge Bedienung selbst zur Knarre und möchte jetzt diese Verbrecher aufhalten, damit sie ihren Helden nichts tut, als eben Der Devil auftaucht, die Verbrecher aufhält und die junge Frau auch davon abhält, eben nur diese Gangster zu erschießen und sie versprecht, ich ändere mich und er sagt nur, ich weiß. Fand ich sehr schön, ne? Und dann sehen wir aber schon, dass da ein geheimnisvoller Mann mit in dieser Gruppe sitzt, der davon erzählt, dass er Der Devils Geheimnis kennt, wieso er so mächtig ist, wieso er so unbesiegbar ist und dass das alles Ninja-Techniken sind, die geheimer sind als geheim, die Der Devil hier anwendet, aber er kann davon nichts berichten, dann muss er ja sein, größtes Geheimnis preisgeben, ne? Und das heißt, das macht er nur, wenn die anderen auch ihre Geheimnisse preisgeben, also beachten sie ihn nicht, warten lassen sich die Gruppe dann erstmal selbst weiter unterhalten. Ja, hierbei treffen wir dann auch einen Sohn eines Bombenlegers, den Bombenleger, also der Sohn des Bombenlegers, der damals Matt Murdochs Haus in Bornegan in die Luft gejagt hat, ne? Und dieser sollte für seinen Vater aufs Neue einen Anschlag bei Matt Murdock, ähm, ja, äh, stattfinden lassen, äh, begehen, ne? Aber diese hat sich rechtzeitig dazu entschieden, nicht dort die Bombe zu platzieren, sondern bei den Auftraggebern, was ich auch sehr nett fand, aber dieser ist zum Beispiel überhaupt nicht Der Devils Freund, ne? Ja, dann tritt eine sehr religiöse Frau ran, die davon berichtet, dass ihr Mann von Der Devil festgenommen worden ist, weil dieser, äh, Frauen getötet hat und geschändet hat, ne? Und berichtet davon, dass es aber eben gar nicht ihr Mann war, sondern dass sie gesehen hat, wie ihr Mann von diesem komischen, kleinen, dämonischen Baby, äh, eben diese Taten ins Ohr geflüstert bekommen hat. Ja, Problem ist, in dieser Selbsthilfegruppe sitzt eben auch eins der Opfer dieses Mannes und so kommt es natürlich dann zum Streit zwischen dieser Frau, äh, zwischen diesen beiden Frauen, ne? Ja, ähm, auch sehr interessant gemacht und dann tritt aber eine weitere Frau, äh, in Erscheinung, die eben auch in diesem, äh, Städteverwaltungsdings arbeitet, wo eben auch Mila arbeitet und auch mit Mila befreundet ist und uns berichtet, ihre Tochter hat sich erst die Augen ausgestochen und dann Selbstmord begangen, ne? Äh, nachdem sie eben ein Bild von diesem dämonischen Baby gezeichnet hat. Ja, und jetzt wird alles weitaus verworren und wir merken so langsam, dass all diese Geschichten mehr oder weniger miteinander verbunden sind, ne? Ja, und nun tritt nochmal dieser geheimnisvolle Mann in Erscheinung und ist nun bereit, sein Geheimnis zu offenbaren, wer dieser ist, ne? Und eben auch, was es mit Daredevil auf sich hat, dass Daredevil eben ein riesiger Ninja ist, äh, man kriegt gar nicht mit, wenn er neben einem steht, so gut ist seine Kampfkunst, ne? Er kennt so viele geheimene Techniken und dreht sich dann wiederum mitten in die Gruppe und sagt dann, das stimmt doch, oder, Matt, ne? Alle drehen sich um und da sitzt Matt die ganze Zeit zwischen dieser Gruppe, hat den Leuten gelauscht und erzählt uns jetzt, was es, äh, mit, äh, diesem Dämonenbaby zu tun hat, was wiederum dieser geheimnisvolle Mann damit zu tun hat und wie eben alles zusammenhängt. Ähm, ja, fand ich richtig geil, das war eine richtig geile Mystery-Story, die einfach nur Spaß macht. Hierbei ist aber eben wieder die Frage, Junge, warum, warum zeigst du jedem Menschen in Hell's Kitchen, wer du wirklich bist? Okay, keiner von denen sagt der Polizei, dass sie dich kennt. Aber, Mensch, das ist, das muss doch irgendwie eigentlich nach hinten losgehen. Das Schlimme ist, es geht nicht nach hinten los. Also, weil irgendwann ein Autor kommt, der ist einfach nicht weiter bearbeitet. Aber, das ist mir wirklich jetzt bei diesem Reread so wirklich bewusst geworden, dass er eigentlich sie ständig demaskiert vor irgendwelchen Menschen, eigentlich vor viel zu vielen Menschen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in Hell's Kitchen, vor dem er noch nicht die Maske fallen gelassen hat, oder? Ja, aber, äh, Story ist auf jeden Fall immer richtig geil. Richtig geile Mystery-Story, äh, das als Akte-X-Folge verfilmt, ja, oder noch besser als ein Akte-X-Film, weil Akte-X, der zweite Film war scheiße, hätte man das verfilmt als Akte-X-Film, das wäre mal was gewesen. Also, ich fand das wirklich gut gemacht, ne? Könnte ich mir, wie gesagt, gut vorstellen als eine Akte-X-Folge. Also, ich bin begeistert, hat mir Spaß gemacht, ne? Ähm, wie gesagt, wird kaum einer auf dem Plan haben und vielleicht viele auch gar nicht gut finden, aber, mein Geschmack trifft es halt, weil ich, für mich war das Akte-X-Feeling und ich stehe auf Akte-X, ganz einfach, ne? Also, mir hat der auf einfach riesen Spaß gemacht, ne? Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann schon bei der letzten und leider finalen Ausgabe zum Bendis Run, ne? Okay, tschüss Leute! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020